Und wir gehen jetzt gleich rein in die Pick-und-Band-Phase des ersten Spiels des heutigen Tages. Wir freuen uns natürlich schon auf die kommenden fünf Partien. Den Anfang, den werden heute machen die Misfits gegen Axel. Und demnach freuen wir uns auf diese Partie. Und da haben wir auch tatsächlich gleich den ersten Wechsel, denn beide Teams wechseln einen Spielerauswart. Wir haben Micky für Special drin und Kirai kommt für Maxlore. Ja, das ist interessant. Maxlore war halt im letzten Split normalerweise derjenige, der Misfits dann noch so ein bisschen vorne halten konnte und dafür gesorgt hat, dass die Tempo bekommen und am Anfang gut gespielt haben. Und heute gibt es da einen kleinen Wechsel. Mal sehen, wie sie sich damit schlagen. Hallo, meine Damen und Herren, zum Beispiel spiele ich halt super gerne auf der Botlane. Ist aber auch so ein Janen-Ding. Ganz speziell in der LCS, beziehungsweise LEC, Entschuldigung. Das heißt ja mittlerweile seit dem Rebrand. LCS gibt es ja auch. Ja, aber die ist halt irgendwo da drüber gesehen. Die haben wir auch schon gut durchgestartet. Hätten wir auch in der LCK gesehen, dass so ein Atari da nicht so gut funktioniert hat. Ah, eben eine ziemlich keringe Winrate. Ja, und ich muss auch dazu sagen, Micky ist ja so ein Kandidat, der halt immer mal ganz gerne Assassin's auspackt. Wir haben ja, oder ich habe halt eben schon so ein bisschen dieses LeBlanc-Thema zum Beispiel angesprochen. Er ist ja auch ein Kandidat, der halt durchaus heute eine LeBlanc dort präsentieren könnte. Das werden wir natürlich jetzt sehen. Wie gesagt, die beiden ausgewechselten Spieler sind mit dabei. Micky bei Axel und Kirai bei den Misfits. Die Misfits mit 1 zu 1 sehr gut gestartet oder solide gestartet, würde ich jetzt sagen, in letzter Woche. Und Axel tatsächlich, wie auch im letzten Split mit 0 zu 2. Sie suchen also den ersten Sieg vielleicht heute. Sona wurde jetzt schon mal gepickt, haben wir gesehen. Ja, macht auch am meisten Sinn, weil Sona dieses starke Glied von den beiden ist. Tarek ist halt ersetzbar. Da kannst du halt zur Not auch Nautilus noch mit reinpicken. Auch das wäre halt eine Option. Da gibt es halt Vielfältigkeit. Du kannst mir ganz gerne keine Grenzen setzen. Das hat der Sona dafür als Pick hier. Ah ja, ob das funktioniert? Ich kann ja danach mit Sona nochmal so ein bisschen ausdiskutieren, ob das sehr gut war oder nicht. Das ist eine sehr gute Antwort. Xayah Rakan hat da genau das, was du eigentlich brauchst, um Sona am Anfang zu unterbinden. Engage, eine ganze Menge Burst Damage vor allen Dingen, um die schnell rauszunehmen. Vor allen Dingen Early Bully Lay. Genau. Das ist halt eine der stärksten Botlands, die du im Early Game aktuell haben kannst. Eigentlich sogar die stärkste. Kirai darf jetzt antworten. Und vielleicht gibt es jetzt direkt schon den Tarek. Werden wir natürlich gleich sehen. Ansonsten hat für Bivin noch die Chance, da nachzuziehen. Er nimmt jetzt den Tahm Kench und das haben wir auch schon gesehen. Und zwar Origin gegen Vitality in der letzten Woche. Und da war Origin auch erfolgreich in dem Spiel mit dieser Kombination. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Sona brauchen Tanki-Supporter. Ja, vor allem Melee-Supporter, der sharen kann. In Korea haben wir eigentlich nur noch Tahm Kench-Sona. Wir haben einmal ein Galio-Spiel mit ihr gesehen, das hat gar nicht funktioniert. Aber Tahm Kench scheint inzwischen die beliebtere Variante zu sein. Ist halt einfach nochmal sicherer. Naja, nicht nur das. Ich finde, so Tahm Kench als Pick erfüllt halt zwei Voraussetzungen. Also zum einen das, was ihr gesagt habt, zum anderen aber auch, dass du Tahm Kench vom Gegner wegnehmen kannst. Das heißt, sowas wie Assassin's, sowas wie Zoe, die aktuell auch immer mal wieder gespielt wird, dadurch halt viel besser möglich zu spielen, weil der Gegner halt eben diese Sicherheit auch nicht bekommen kann. Nächster Pick jetzt für Miki. Danach gibt es nochmal eine Bannphase, wobei die Teams beide dürfen nochmal zwei Spieler rausnehmen, beziehungsweise zwei Champions. Rakan, jetzt natürlich der Follow-up auf die Xayah. Du hast gesagt, gerade Early kann man gegen die Sona da einiges machen, wobei mit dem Fressen von Tahm Kench wird das wieder ein bisschen schwieriger. Genau deswegen ist der Pick da auch so stark. Jetzt werden wir natürlich die nächsten Banns sehen. Jungle könnte hier noch ein guter Fokus sein von beiden Seiten. Rek'Sai ist eigentlich ein Pick, der in EU nicht mehr ganz so beliebt ist, in Korea dafür schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Setsuani-Banns sehen, einfach weil der Pick aktuell sehr, sehr stark ist. Ja, Rek'Sai, Hecarim ist halt auch noch so ein Champion, der halt irgendwie jeden Patch halt nicht genervt wird und halt immer noch komplett Bruch ist eigentlich. Aber Hecarim haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Naja, man hält sich ein bisschen zurück, was das angeht. Wir hatten MSI, haben wir ihn halt ein-, zweimal gesehen, sogar ziemlich erfolgreich, aber trotzdem war man halt immer vorsichtig und hat halt eher die Hände fimmengelassen. Ja, das ist natürlich auch der meistgepickte des Jungner bisher in der LEC in der letzten Woche. Fünf Spiele hat sie bestritten, das heißt, sie wurde in jedem Spiel gespielt und jetzt das erste Mal dann nicht. Ist halt starker Allrounder, ohne Frage. Ja, auch eine gute Frontline nochmal. An jedem, sondern an jedem zweiten. Es gab ja zehn Matches schon. Gragas sehen wir noch als Bann, wäre auch wieder eine etwas aggressivere Variante gewesen. Jetzt könnte man auch überlegen, Jarvan oder Alicin rauszunehmen, weil die werden häufig offengelassen. Einfach, damit man den einen Champion bekommt, den Gegner den anderen gibt. Und Draven halt auch mal bei. Naja, ich glaube, sie sind sich noch nicht ganz so sicher, wie das aussehen wird am Ende. Timecatch Toplane ist ja auch so eine Option. Aber ich glaube nicht, dass wir Timecatch Toplane haben. Bei allem gibt es ja schon ein Jace im Team. Die letzten Wochen habe ich Timecatch Toplane sehr, sehr oft gesehen. Im Competitive oder in Solo-Cue? Bei Solo-Cue gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da ist Timecatch-Schläge drauf. Jetzt wieder Gold und da wird sehr oft Timecatch gegeben. Ja, aber bei euch Tanks sind bei euch Zucker. Ja, ich wollte nur mal auch sagen, dass ich Gold bin. So, Lee Sin ist jetzt der Pick hier für Axel. Das bedeutet, da wird sich im Jungle auf jeden Fall über diesen Champion bewegt. Finde ich, ist eine ganz gute Lösung, weil Lee Sin ja dieser typische Early-Mid-Game-Pressure-Champion ist. Mit Zaya Rakan Rise hast du halt ohne Frage ein Hyper-Scaling. Also bist du halt supergut dabei. Also warum halt nicht diesen Faktor noch mit integrieren, der dich halt in dieses Hyper-Scaling erstmal reinträgt. Bin ich vollkommen fein mit. Also Hover, Kindred. Oh, finde ich... Wird direkt eingelangt. Bin ich kein Fan von. Also Kindred in Lee Sin rein, kann man theoretisch machen. Aber du hast halt immer das Problem, dass Lee Sin dieses Counterplay hat. Er kann halt jemanden aus der Ultimate rauskicken. Er kann halt direkt den Follow-Up nochmal ziehen mit dem Cue, um halt jemanden außerhalb der Ultimate zu exekutieren, den du eigentlich retten wolltest, wenn nicht sogar Kindred selber. Da sehe ich Kindred gegen Lee Sin ehrlich gesagt nicht immer als die beste Variante. Also im direkten Match-Up finde ich sie auch nicht so gut. Insgesamt in der Kombo hast du jetzt nochmal die Unbesiegbarkeit, die dir normalerweise mit Tarek gegeben wird. Das ist halt der Punkt. Du hast vor allen Dingen auch guten DPS, ein recht gutes Scaling, auch nochmal mit dem Azir. Sieht an sich nicht schlecht aus. Zwar fehlt die Frontline, aber dafür hast du halt den Zona-Heal später und die Unbesiegbarkeit von Kindred. Auf der anderen Seite, es wird kein Serie werden, Kazing havert den immer. Ah, ich würde mir jetzt noch wünschen, dass Exe nochmal irgendwas Aggressives mit in die Kombo nimmt. Ich würde mir halt vor allen Dingen ein bisschen was Tank-Lassiges wünschen. Rumble. Rumble wäre cool. Auch der meistgespielte, äh, gespielte Top-Liner bisher in der LEC. Viermal hat er es geschafft. Das ist der Nummero Fünf. Und somit ist auch dieses Team komplett. Beide Teams haben sich was überlegt. Welches sieht stärker aus? Oh, ich finde das superschwer. Der Rumble, der stirbt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Als Pick gegen Jace ist er vollkommen fein. Wenn sie einmal zurückfallen, gibt es für sie überhaupt kein Zurück mehr. Während halt die Scaling-Variante bei Misfits über Tahm Kench über vor allem Asi später immer noch da ist. Und an den Asi ranzukommen, wird halt übel schwer werden. Also ich sehe, muss ich sagen, Misfits da ein bisschen vorne. Ich denke auch, Misfits wird das machen. Sie haben einige starke Picks bekommen und mit dem Asi noch mal Absicherung für später. Ich finde aber auch, dass Rumble inzwischen sehr sehr stark ist. Wir haben mit Kevin drüber gesprochen. Stark ist er ja. Und wenn die Kombo von Excel einmal nach vorne kommt und sie wirklich den Damage-Vorteil haben, dann glaube ich, haben sie auch eine Chance, das zu gewinnen. Genau, ich sehe halt einfach diese Problematik, dass sie halt nach vorne kommen müssen. Genau. Ich danke euch für die Einschätzung über den Kommand Ausrufezeichen Rewards. Das könnt ihr weiterhin natürlich auch in diesem Split Einflusspunkte, Icons und so weiter und so fort generieren. Oder natürlich über den Hashtag LECG mit uns kommentieren, diskutieren, wie ihr wollt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit King's Play und Sola. Hallo zusammen und einen wunderschönen Nachmittag. Beziehungsweise guten Abend von euch. King's begrüßt heute mit dem Sola hier mal mit an Bord. Ja, das erste Mal in dieser Kombination. Champion Select ist schon durch. Sehr interessant auf jeden Fall verlaufen. Ich denke mal, Excel hat sich so ein bisschen eher so an die Standard-Coms aktuell orientiert. Sehr aggressiv unterwegs, sehr viel engaged, sehr viel damage. Die von Misfits ist so ein bisschen raffinierter. Also die muss man schon clean runterspielen. Wenn sie das aber schaffen, dann haben sie echt gute Antworten gefunden. Du hast den Tahm Kench disengaged. Du hast vor allem auch die Kindred-Ult, die natürlich ja von Lee Sin ein Stück weit gecountert werden kann. Aber gegen Zaya Rakan alleine schon unglaubliches Potenzial entfaltet. Und wie auch schon Eis angesprochen hatte, Excel muss hier nach vorne spielen. Also wenn die mit dieser Kombination nicht ahead kommen, dann haben die ein riesiges Problem. Das ist einfach ein Team, was nicht sterben kann und davon nicht sterben will. Und ihr sagt es schon komplett richtig. Misfits muss nur durchhalten. Und dann ist es eigentlich auch schon recht sicher, muss man sagen. Und das ist sehr tricky. Also mit Lee Sin muss alles sitzen, gerade mit Bumble, Xayah. Es ist natürlich engaged. Du hast mit dem Rakan unfassbar viele Möglichkeiten, um diese Reichweite zu überwinden. Dass du an Asien, Zona etc. natürlich rankommst. Aber selbst dann ist Tahm Kench da, um das Ganze ein bisschen zu bewachen. Und von daher denke ich, wird auch das erste Spiel natürlich darauf aufpassen, dass auch gerade die Kin wird ihre Stacks kriegt. Ansonsten wird sie auch zu sehr und zu schnell behind fallen. Doch auch da ist es ein bisschen, ich glaube, ihr Schaden wird auch feldnismäßig unterschätzt, muss man sagen. Ja, es hängt natürlich auch stark davon ab, wie gut sie ins Spiel kommt, wie viel Stacks sie early bekommt. Denn generell denke ich aber auch, dass das Jungle Matchup hier sehr, sehr entscheidend werden wird. Weil du hast Lanes, die an sich, glaube ich, so gut aufgestellt sind. Jace gegen Rumble hat natürlich ein relativ angenehmes Matchup. Melee gegen Range. Mitte wird nicht viel passieren. Und Botlane sollte man durch den Tahm Kench, die Xayra Khanlane auch neutralisieren können. Beide spielen sie auch mit TP, um da einfach das Backport-Timing ein bisschen zu optimieren. Aber wie die Jungler jetzt hier tatsächlich early game durchkommen, wird sehr, sehr entscheidend werden. Early Invade von XL und Misfits hat das Ganze gerochen. Haben hier den Ward geplaced und XL könnte hier gleich ein riesiges Problem kriegen. Ah, es ist noch ein kleines bisschen Reitschnuppern, wenn du auf der Gegenseite durchgezogen bist. Jetzt kommt's drauf an, wer hier die ersten Smite doch noch zündet. Aber sie sind ein bisschen unterzahrend, gerade gegen die Sona. Das ist halt so durchgepult. Aber Sadrill kriegt die nicht und stattdessen nimmt dann einfach mal die Kinvert und die kann natürlich hinterherflaschen. Er hat nichts außer seinen Q. Allerdings muss er jetzt auch aufpassen, denn Arsia versucht es. Aber der Star, das First Blood hier tatsächlich für Kinvert. Und genau das willst du eigentlich nicht haben. Jetzt ist sie mit dem Gold voran, kann gleichzeitig noch den Jungle wegnehmen. Und das wird Lee Sin aber mehr als nur behindern. Ja, absolute Katastrophe. Wer hat das angesprochen? Das Jungle Matchup wird in... ...later mit Lee Sin. Auch noch das First Blood. Und jetzt den kompletten Bot-Side-Jungle von Lee. Also Lee ist hier richtig, richtig rausgebrochen worden aus dem Early Game. Ich bin mal gespannt, ob sich Sadrill davon oder wie er sich überhaupt erholen kann. Weil so ein Lee, der ist natürlich als Playmaker-Champion so ein bisschen bekannt. Aber sein Kit ist in der Hinsicht trotzdem eindimensional, dass sein Schaden seine entscheidende Gank-Pressure ist. Also wenn er nicht genug Schaden hat später, wenn er zu spät Level 6 wird, dann geht damit so viel Pressure verloren. Und das könnte hier zu einem echten Problem werden. Hier sehen wir nochmal die Sicht von Kiri an der Stelle, der ja hier eingewechselt wurde. Und damit so ein bisschen sein Debüt für dieses Season feiert. Starkes Smite von ihm. Normalerweise sehr, sehr schwer, einen Lee Sin tatsächlich zu outsmiten. Weil der mit seinem Q-Execute-Damage so viel machen kann. Die Zunge von Tam hat auch nochmal getroffen. Also wirklich wunderbar gemacht an der Stelle. Damit splittet sich der Jungle theoretisch praktisch nicht. Kiri sagt sich, nein, ich nehme nicht den gesamten Bot-Side-Jungle, sondern gehe nach oben in meinen eigenen Jungle. Das heißt, 3-Buff-Start für ihn, nicht die Möglichkeit für die Sin in den gegnerischen Dubuff-Jungle zu invaden. Damit wird er jetzt hier Early Level 3 werden, kann theoretisch direkt Top-Side vorbeischauen. Und man hat auch sehr gute Deports hier gesetzt. Sowohl Red Buff als auch Bole im Sin gespottet. Und damit denaisst du die Sin noch mehr Early-Persure. Aber Soas hier oben. Der war gerade overheated. Aber das Match-Up sollte eigentlich nicht so eindeutig für Rumble ausgehen. Also der hat sich sowas leider ein bisschen überschätzt. Rumble generell aktuell ein Champion, der sehr hohe Priorität genießt. Und hier sehen wir warum. Er braucht natürlich auch noch ein bisschen Farm voraus, dass dann natürlich endlich auch die Durchdrehung. Also der Tötigkeitsfaktor genügend mit dabei ist. Dass auch endlich der Poke von Jayce natürlich mit reinzieht. Und deswegen, also du musst es halt einfach ausnutzen. Er weiß gar nicht genau, was ist so ein schwächerer Punkt. Und er zieht es durch in der Abrube schwächerer Punkt. Da haben wir noch ein Lee Sin. Er gefühlt nichts mehr ab hat. Und da ist aber wieder nächste Kill für Kirai. Also völlig außer Frage, dass er jetzt den Jungle-White komplett hier mitnimmt. Also den Stack hat er sich auch noch gesichert. Dank Lee Sin. Und das ist genau das, was sie nicht haben wollten. Jetzt hast du einfach deinen Jungle. Du hast keinen Jungle auf Seiten von Axel, effektiv. Bis er wiederholt anderen zurückkommt und zwei Krits auf die Kirche. Und wir sehen es einfach. Der Damage ist jetzt da, plus den dritten Stack. Wir sehen einfach mal auch da, Micky mit einem halben Leben. Für einen recht soften Gang, ohne wirklich aktiv noch Affen Asis Hilfe. Das ist ein bisschen mehr als schwer. Und wir haben es komplett richtig gemacht, adoptiert von Misfits. Genau, einfach Lee Sin mit rausnehmen. Somit nimmst du auch her komplett die anderen Lanes zurück. Ja, und die Deep Vision von Misfits zahlt sich hier absolut aus. Direkt der nächste Award beim Grum. Und auch da könnte Kirai vielleicht sogar wieder für den Invade nachschauen. Botlane wird reingepusht. Gegen Xyra kam, muss man natürlich trotzdem immer so ein bisschen Respekt haben. Wenn die dich engagen können, dann kann das ganz schnell bitter ausgehen. Aber Kirai hat hier seine zwei Kills. Schon 150 Gold Shutdown, war noch nicht Base. Also der Schaden wird sich gleich noch mal ordentlich in die Höhe treiben lassen. Botlane sieht auch super fein aus. Und da hast du das Problem mit Xyra Khan. Die gesamte Pressure von dieser Lane fußt auf den All-In. Wenn du mit Xyra Khan keine All-In-Pressure auf den Gegner hast, dann müssen die keinen Respekt vor dir haben. Und gegen Tam Kench mit Nasona hast du das einfach nicht. Und dadurch wird Xyra Khan hier auch super hart reingepusht. Und Sedril, hier sieht man es noch mal, dachte, geil, jetzt level 3, nice. Und dann kommt Kirai vorbei. Wie du es angesprochen hast, hat das Mark hier auch noch mal bekommen. Also ein super starker Start für Kirai an der Stelle. Er ist auch schon sehr, sehr lange quasi in den Amateur-Szenen unterwegs gewesen, beziehungsweise türkische Szene, auch nationale Ligen. Hat da auf jeden Fall auch schon ordentlich Erfahrungen sammeln können. Und diese geballte Erfahrung will er jetzt hier natürlich ein bisschen nutzen. Sedril ist immer so ein bisschen, ich meine, man kann ihn jetzt nicht wirklich kritisieren, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Das war nicht seine Schuld. Aber man hatte tatsächlich teilweise Gags gesehen bei ihm, wo er sich von solchen Defiziten nicht wirklich erholen kann. Weil jetzt kannst du nicht mehr Standard League of Legends spielen als Jungler. Sedril kann jetzt nicht einfach sich hochfarmen und seine Standardrouten machen, sondern er muss jetzt schauen, wie er kreativ irgendwo Optionen findet, um zurück ins Spiel zu kommen. Wir schauen uns den Item-Unterschied an. Kirai hat Challenging Smite und schon den Warhammer ready. Der ist sowas von ahead. Level-technisch nicht unbedingt, aber gold-technisch auf einer ganz anderen Map hier geführt. Und die Map auf der Botlane kann jetzt auch endlich mal mit rein. Dass Janen sich wohl zurück mit Kassingen, das wird gerade in der Kombo-Apro-Kombo und in der Mitte sitzt es auch. Micky versucht sich hier mit der Ult noch zu retten. Das kann auch gerade so durchgelegen. Also der Kinn wird dem nächsten Stack draufgebracht. Wäre es noch recht knapp geworden. Zwar noch der Tod, aber irgendwann hast du jetzt wenigstens die Ult rausbekommen und da kannst du den nächsten Fokus setzen. Dann Kinn wird dies auch gleich Level 6. Heißt also, da kannst du definitiv sehr tief rangehen und Risen, äh Risen natürlich, Risen definitiv mit abholen. Oder auch möglicherweise Wumble. Wäre auch ein schönes Ziel tatsächlich. Leider mit dem Schutz der Ult. Gerade mit Jace Poke hinterher kannst du da Probleme. Oder auch aus der Ult, diesem Rauskicken von sich. Das muss man ja auch mit einberechnen, was nachher möglich ist. Das ist schon sehr genial. Ja, auch von Nicky natürlich gut, dass er sein Ultimate da early geskillt hat. Wir sehen es bei Ryze häufiger, dass die mit Level 11 erst ihre Ultimate skillen. Das wäre hier absolut fatal gewesen. Ist nicht wirklich High-Range, aber kann hier dann für solche Gangs definitiv den Unterschied machen. Kira jetzt inzwischen Level 5 geworden. Sadril immer noch mit Level 4 unterwegs. Er hat jetzt endlich auch seinen Challenging-Smite. Geht jetzt sogar mal deep in den Jungle rein, um da ein bisschen Vision aufzubauen. Ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber 1 gegen 1, davon kann er nicht mal träumen. Also für ihn ganz, ganz schwer jetzt hier aktuell wirklich irgendwie Fuß zu fassen. Wir hatten es angesprochen. Das 1 v 1 Matchup ist eigentlich gut für Lee Sin. Also da muss Kimdut eigentlich Respekt vorhaben. Aber nicht, wenn sie so weit vorne ist. Das heißt für Lee Sin, wie schon angesprochen, ändert sich der gesamte Gameplan, beziehungsweise seiner wurde durchkreuzt an der Stelle. Trotzdem goldtechnisch. Ja, 1500 ist nicht wenig auf jeden Fall. Rumble da oben sieht noch sehr, sehr gut aus. Ryze farmtechnisch auch even. Botlane sieht auch noch in Ordnung aus. Also es ist wirklich nur dieses Jungle Matchup, was gerade für XL wirklich katastrophal schiefläuft. Und was wir ja auch in der Pre-Show angesprochen hatten, ist, Sona ist ein Champion, der nicht unbedingt darauf angewiesen ist, jetzt die ersten 10 Minuten hart zu snowbollen. Sondern der kommt über die zwei Items. Und die kriegt sie hier komplett for free, weil die Jungle Pressure nicht vorhanden ist. Blu-Buff konnte man jetzt hier auch nochmal spielen. Also als Team agiert man jetzt hier auch nochmal, um Saddle das Leben weiter schwer zu machen. ATP von Rumble ist auch mit drin. Sein Old-Sitz, ja auch perfekt. Aber er ist viel zu tief drin. Muss natürlich aufpassen, dass ihm nichts Böses geschieht. Aber da haben wir wieder Tam, Ehrenlos-Kensch. Der rettet wenigstens noch die Sona, weil Hansa macht. Dass du tatsächlich auch gegen bist, wenn du jetzt endlich mal gegenlängst und den Jungle auch so ein bisschen wiederbekommst natürlich. Und nicht zu verachten, es ist halt der Infernal-Drake. Also beide Teams gieren danach, dass sie endlich da auch den kriegen können. Ja, trotzdem hat sich das Teleport für X-Pack leider absolut gar nicht ausgezahlt. Verliert jetzt hier oben eine dicke, dicke Wave, auch ein Turret-Blading. Also Soas in diesem Matchup jetzt endlich mal mit der Pressure, die er eigentlich haben sollte. Jace, immer noch ein Champion, der keine wirklichen Losing-Lanes hat. Der Vorteil natürlich von X-Pack, wir sehen, es kann sich Early mit Seekers Armgarde ausstatten. Das heißt, der Schaden wird da ordentlich negiert. Aber wenn Cedri jetzt hier tatsächlich den Infernal-Drake for free bekommt, wäre das schon, das wäre schon ordentlich. Und ein bisschen damit zu tun hat es natürlich auch, dass die Bot-Lane jetzt hier Pressure hat. Also Xayah, Rakan sind jetzt in der Lage rein zu pushen, werden Saurang gesprochen. Ice meinte, Sona hat nicht die größte Push-Pressure. Man muss da schon Respekt vorhaben. Und der Infernal-Drake geht tatsächlich verloren. Cross-Map-Play immerhin natürlich für Kirei. Also er kriegt den Red-Buff wieder, er kriegt die Golems wieder. Aber diesen Infernal zu securen, ist sehr, sehr wichtig für XL. Und wenigstens so ein kleiner Hoffnungsfirma für sie. Trotzdem 2000-Gold-Defizit in der neunten Minute, damit ist nichts zu spaßen. Also es ist natürlich wirklich eine relative Hoffnungsschule, du hast es schon gesagt. Ist richtig. Aber auch da erstaunlicherweise gerade, dass Misfits ja den Jungle schon in ihren Händen hält. Dass sie das wirklich komplett, fast komplett wirklich unbeachtet lassen oder keinen wirklichen Push kriegen. Aber auch hier wenigstens, wir haben es schon vorhin angesprochen, dass jetzt die Top-Lane das den Rumble unter Druck setzt, damit du den Jace endlich vorankriegst. Wir haben gesehen, anfangs hat er die Probleme gehabt. Also nimmst du dann jetzt auch dementsprechend ihn wieder mit weiter an die Hand. Gerade gegen Rumble, wir haben es eben gesehen, ist noch relativ squishy, aber sind Schildheit und nicht. Das ist noch nicht gerade der Sinn der Sache, das reicht einfach nicht. Aber die Ult, und darauf kommt es natürlich an, dieser Slowisbruch ja. Und selbst, so wie hier, wie wir sehen, sei es nur fürs Minion-Clear, das ist einfach, dass er irgendwie Bestand hat. Und er wenigstens kurz in die Base gehen kann, damit nicht die Wave wieder reintrifft. Cary gerade auch mit dem nächsten Passive-Stack, die Krabbe da abgeholt, ist jetzt schon Level 7. Also auf dem Level der Solo-Laner knapp, während Cedrill hier immer noch mit Level 6 zu campen hat. Wird wieder gespottet durch den Ward, versucht jetzt hier Top-Lane ein bisschen Vision aufzubauen. Soas hat da gerade auch nochmal ein Turret-Playing bekommen, ist noch nicht Base gegangen, hat sein Teleport zur Verfügung und eine Menge, Menge Gold auf dem Konto. Aber mit der Pressure, die man hier mit und Top hat, kann sich Cary eigentlich relativ easy diesen Herald hier schnappen. Und der Infinell ist natürlich nice, bietet dir gutes Scaling, aber um das Spiel anzutreiben, ist der Herald deutlich wichtiger. Und wir hatten ja angesprochen, XL ist eigentlich das Team, was hier nach vorne spielen muss. Sie müssen theoretisch die Fights suchen, finden, engagen. Und das macht sich natürlich mit einem Gold-Difizid deutlich schwieriger. 3.000 sind sie jetzt schon behind, dank der Turret-Playings auch nochmal. Mit dem Herald wird sich natürlich Misfits den First Blood-Turret um einiges einfacher schnappen können. Swap jetzt erfolgt von der Duo-Lane bei XL. Normalerweise macht man das so ein bisschen, um genau diesen Herald zu securen. Das heißt, dadurch, dass Cary jetzt hier den Herald so früh bekommen hat, verliert auch dieser Swap um einiges an Wert. Natürlich Top-Lane, die zwei Triple-Playings bereits weg. Also auch da natürlich, dadurch, dass du die Duo-Lane jetzt oben hast, dieser Turm ein bisschen besser geschützt. Aber am Ende des Tages läuft das Game für Misfits hier gerade absolut optimal. Also sie haben jetzt hier wirklich alle Möglichkeiten der Welt, um das Mid-Game einzuleuten. Und Stopwatch bei Hans Sama ist auch nochmal am Start, um das letzte bisschen Potenzial, um sie vielleicht doch zu all-in zu negieren. Jetzt aber Sadril mit einem Gang, sowas hat er keine Ahnung und das kann er eigentlich nicht überleben. Ja, das ist auch der Level-Unterschied, er relativ, selbst TP kommt noch mit raus. Also das wird ein definitiver Overkill für Souls, der hier gerade so noch von den X-Pack nicht mehr getroffen wird. Aber das ist ein sicherer Kill und somit wenigstens das Gold, was Lee Sin bisher nicht wirklich bekommen hat, einmal durch den Kill oben drauf. Ja, Kire kann den Herald hier richtig placen, macht er aber nicht. Also das Turt-Fast-Ball hätte man sich hier wahrscheinlich sogar sichern können. Wobei natürlich mit den Platings, das Ganze doch schon tanky ist, aber er spart sich das Ganze auf. Jetzt sehr, sehr später, Herald. Das ist relativ, auch die Ulti von Asi sitzt hier nicht mehr perfekt. Das ist, das hättest du viel früher haben können. Also das ist ein bisschen, in der Missplayer ist das relativ, aber du hättest definitiv auch den nächsten Charge noch durchbekommen, um da wirklich das Maximum rauszuholen. Geht man aber, glaube ich, auch so noch, weil XL ist hier überhaupt nicht in der Position, um das Ganze zu verteidigen. Die Sin is Base, Zaya noch top, Rumble-Board, Rai ist kein TP. Also einen Charge kriegt man hier auf jeden Fall noch durch. Und damit hat sich der Herald auf jeden Fall bezahlt gemacht. Vorteil natürlich, wenn du den Herald ein bisschen delayst ist. Du zeigst dem Gegner quasi später, hey, rotiert mal bitte Mitte. Und die Platings am Anfang haben sie sowieso vor früh bekommen. Also ist sie im Endeffekt, glaube ich, aufs Gleiche hinausgelaufen. Deutlich bei 3.500 jetzt. Top-Lane versucht man hier zu trappen. Aber eigentlich ist die Devise für Hans-sama und Gorilla nur safe sein, nicht sterben und nicht für diese Engages, nicht für diese Traps fallen. Gorilla hat den Exhaust noch ready, Heal auch noch zur Verfügung. Jetzt kommt der Charme hier raus. Hans-sama, kein Flash, wird aber einfach gegessen. Und da sehen wir die Stärke von Tahm Kench und Sona. Also mit Taric, ja, kann man diesen Engage auch ganz gut überleben. Das Problem ist nur gegen Saira Khan, diese Taric-Ultimate-Delays, diese anderthalb Sekunde, die die Ultimate brauchen, um durchzukommen, die ist manchmal ein bisschen zu viel. Kam kein Stress, kommt einfach so durch. Ja, und jetzt ist Miki, nahezu kein Mana, was bleibt ihm auch über. Kira einnimmt ihn sich und somit hat auch den dritten Kill obendrauf. Und das ist auch, ja, auch wenn Kira relativ squishy ist für die Kinder, doch ihr Damage wird halt insane hoch. Wenn sie die Stacks natürlich gleich auch noch mitkriegt, müssen wir ja mal schauen, wie viel es mittlerweile natürlich sind, wird es brutal. Und du hast es angesprochen, also jetzt oben, du darfst dich nicht catchen lassen. Und du hast natürlich Tahm Kench zur Rettung und es wird langsam aber sicher. Also spätestens ab Level 11, das heißt, wenn Sona auch mit ihrer Ult definitiv dabei ist, sind nochmal 25% verringerter Coolda auf die Grundfähigkeit. Das sind gefühlt alle 3-4 Sekunden HCQ, weh, alles einmal gefühlt. Da bist du auf die Ult natürlich und dann ist es endgültig. Ich möchte noch nicht sagen, vorbei, dann sind die Schilde gefühlt dauerhaft mit dabei. Kira macht es ja auch super clever, indem man seine Duolain einfach ein Stück weit ignoriert, weil um eine Tahm Kench schnell rumzuspielen, ist nicht immer einfach und auch Zaira Khan zu ganken nahezu unmöglich. Die kommen im 2v2 völlig fein klar, auch Gangs überleben sie easy. Das heißt, er fokussiert sich einfach auf die andere Seite der Map und hat da nicht nur jetzt die Möglichkeit, Expects to Denain, man sieht, der macht es schlau, der wartet, der hat Kindred gesehen, will da auf jeden Fall nicht sterben. Aber auch das 2v2, Lee Sin gegen Rumble, Lee Sin und Rumble gegen Kindred, Jace, kannst du nicht spielen. Kannst du einfach nicht. Also, du entschärfst damit nicht nur zwei Lanes, sondern gewinnst auch noch eine quasi aktiv, weil Lee Sin muss sich entscheiden, gehe ich jetzt die Sonata am Kench-Lane ganken? Das ist gefühlt impossible. 2v2 kann ich auch nicht forcen mit Rumble. Mit Lane, der hat Klenz, kann ich auch nicht ganken. Also, man merkt, dass Zedrill hier nur sehr, sehr für ihn nicht Möglichkeiten hat, überhaupt ins Spiel zu kommen nach diesem katastrophalen Early Game. Kira hat jetzt sogar schon Phantom Dance already. Also, der Junge ist eine ganze Seite vor. Die Sin scaled auch noch besser. Ja, in Gate steht es auch definitiv mit drin und sie können sich fragen, aber die Ryze Hult, der nicht immer kommt und der Kira, könnte jetzt auch mal mit hinterherkommen, aber die Sona Hult hilft einfach für den nächsten Kill und Kazing, ja, selbst er stimmt und wir sehen diesen brutalen Damage, der dritte sitzt mit drauf und Tom Kench, ah, der Gorilla hat noch Bock in der, aber ohne Backup wird das nichts. So hast du wirklich den Double Kill gleich bekommen, du hast beide wieder rausgenommen und gerade Mik, gerade Ryze, der jeden Kill, jeden Farben braucht, um endlich zu seinem Scaling zu kommen und Kira mit 5 Kills, also es wird in 10 selbst abbrechen. Wir sehen diesen brutalen Damage, das schon keine kennen wird, und der letzte muss noch sitzen, wenn der Q wieder da ist, aber das ist dann doch ein bisschen sehr geredet, die Ult wäre um den Abab, aber du siehst den TP mit dabei und Expect, ja, riecht da noch irgendwie mögliche Chance, aber die Ult hätte ein bisschen besser sitzen, muss natürlich für den Escape, auch da wieder keine Gefahr, zumal Hans Summer heilt sie einfach hoch und weiter geht's auf der Lane, während Asie selbst die Mitte wieder reinkriegt, also jetzt Misfits, absolut am Drücker, also gefühlt vom Tempo her wie G2. XL fehlt auch gerade eiskalter Damage, um durch die Sona Heals, durch Tam Kench E und auch die Kindred Old, die noch nicht einmal genutzt wurde hier, durchzukommen, also das Game für Misfits, das ist eigentlich schon gewonnen, also um ehrlich zu sein, mit diesem Gold Lied, kannst du das mit diesem großartigen Scaling von Kindred Asie Sona einfach clean runterspielen, ich sehe hier nur noch sehr, sehr wenig Möglichkeiten, tatsächlich für XL zurück ins Spiel zu kommen, klar, du hast irgendwann diese Möglichkeit, immer mit Rakan, mit Rumble über die Teamfights irgendwie was zu machen, aber die Antworten von Misfits sind einfach zu gut, du hast Kindred Old, du hast Tam Kench Fressen, also das bisschen an Möglichkeiten, was XL hier mit ihrer Comp theoretisch noch hätte, wird komplett negiert von der Team Comp von Misfits, nächster Drake kann sich natürlich auch gesichert werden, bisher hat Kira aber wenig Interesse an den Drakes, muss man sagen, also auch jetzt nimmt er lieber seinen Topside-Jungle, als da am Drake unterwegs zu sein, aber die Vision ist gut, also Lee Sin kann das hier nicht einfach so solo'n, Asie auch Topside, kriegt er jetzt nochmal den Blue Buff, hat seinen Nash-House bereits ready, jetzt fängt er den Drake doch nochmal an, aber Kirai und Kipfiffen sind bereits am Rotieren und Fights, willst du eigentlich gerade aus dem Weg gehen? Ja, aber Kirai riecht das Ganze natürlich schon, er weiß Bescheid, die Wards sind ja auch down, er kann ihn stehlen, das heißt Ocean Drake ist auch wiederum gesichert, also ist perfekt, er kann es ja einfach wirklich nicht laufen, jetzt sehen wir nochmal, der Tamm-Kamp-Zunge sitzt perfekt, jetzt müsste Asie mit seiner Wall kommen, aber seine Soldaten frisch raus, wenigstens Sonam einfach nur die Xai aufzahlt und das ist für Biven auch nochmal der nächste Kill und Lee Sin wird einfach wirklich aus dem Leben genockt, das was er vorhatte, macht man mit ihm, das ist perfekt, du hast den Drake bekommen, das heißt, du hast den Bot-Lehm-Turm, du bist in der Mitte bist du durch, also Misfits, wir sehen es auch, wir haben jetzt über 7.000 Gold-Differenz, Sonam spiked so lange, kommt man sicher, wir haben auch mit Asie, muss man sagen, dadurch, dass er mit Nashas unterwegs ist, der sitzt auf Speed, seine Soldaten sollen Damage machen, auch nicht nur dieser kurze Punkt, das heißt auch, er setzt einfach zu, dass du diesen ADC-Ersatz, sag ich jetzt mal salopp, dabei hast und gerade mit Sona und Tamm-Kanch, wir sehen, die sind so unberührt, wie du auch schon sagtest, gegen Saira Khan, ja, die kannst du nicht einfach so gängen, das hat keinen Sinn und Axel gerade wirklich mit einem riesen Fragezeichen, wir kommen, sie wissen auch gar nicht, wo sie jetzt ansetzen sollen, das ist wirklich so ein auf Pump verteidigender. Sie können auch wirklich nichts machen, also das ist das Problem, sie haben tatsächlich eigentlich kein Counterplay mehr. Misfits rotiert hier auf der Web sehr, sehr gut, übernimmt die komplette Karte, jetzt kommen die Deep Wards in den Gegner-Jungle, jedes bisschen an Vision wird komplett denied, man kann sich die Jungle-Camps auch nochmal sichern, dadurch kommt man weiter nach vorne, 8500 Gold in der 18. Minute, gegen das Team, was besser scaled, also das gewinnst du nicht mehr. Axel hat hier selbst, du hast angesprochen, das Fragezeichen ist sehr außergekräftig, sie haben keine Idee, es gibt keine Möglichkeit eigentlich, hier zurückzukommen, da kommt die Rakhan-Ultimate, Kindred-Ult hinterher und das hat sich. Rakhan-Ult ist die einzige Möglichkeit, hier irgendwie für Plays zu sorgen und die ist komplett ungefährlich. Die kann hier gar nichts machen. Der Schaden hinterher fehlt auch einfach. Ein Item auf Xayah ist nicht genug, um irgendwie von viel Schaden zu sprechen. Bei Rumble fehlt immer noch das erste Item. Rise ist eigentlich auch eher der Champion, der auf Scaling setzt. Das ist okay gegen Asier, du scalest quasi mit ein Stück weit, hast dann später den besseren Split-Push, aber das ist hier überhaupt kein Punkt. Also Split-Pushen ist hier für Mickey natürlich gar keine Option, weil die Vordertür einfach eingerissen wird. Jungle-technisch, wie schon erwähnt, werden sich die Camps einfach auch nochmal gestoppt. Das sind auch nochmal so 100 Gold, die du dem Gegner denigst, die du selber bekommst. Nochmal ein bisschen XP mehr. Also Misfits Snowball, das gerade hier wirklich großartig durch und das auch an vielen Stellen auf den Schultern von Kirai, der hier wirklich ein richtig, richtig gutes Debüt für Misfits hingelegt hat bisher. Ja, also das ist, ja man kann wirklich sagen, MVP des Games kann man jetzt schon wirklich fast sagen, in die Richtung geht's und wir haben jetzt die 10.000er Goldmarke. Jetzt haben wir es gerade eben schon mal ganz kurz gehabt. Klar, sie kommen jetzt an ihrem Farm ganz langsam wieder ran auf Seiten von Excel, aber auch das ist zur 19 Minute ein unfassbarer Goldunterschied. Gerade gegen der Compromiss Fits, wo du sagst, naja, wir sollten die geben nicht skalieren lassen, beziehungsweise die Items Sona. Wir predigen immer schon zwei Items und wir sehen, dass hier glanzbar hier mit dabei ist. Na, Flucht des Legs, das nächste Item, das heißt, sie kommt dann auch langsam. Ein Damage-Punkt, aber pro Damage-Punkt, Kirai Mitarbeit, seine Ult hat allerdings nicht, aber du musst ein bisschen aufpassen. Also es ist halt noch ein Rise, aber du siehst brutal, aber verbrennt einfach noch. Kirai nimmt sich hier den sechsten Kill und völlig außer Frage, also sie spielen hier mit Excel und ich sag's mal so salopp, wie du auch schon sagst, es hat einfach wirklich keine Sinn, diese Gegenwehr, du wirst dauerhaft gegengeheilt und selbst die Kin wird Ult, ohne die, also er weiß ganz genau, wo es hingeht, wen er am Nacken dabei hat und jetzt kannst du einfach Stück für Stück einreißen. Die Botlin kann Jace auch gleichzeitig mitnehmen, während du mit einfach zu Pferd gehen kannst. Ah, sie auch wieder auf der Top nehmen. Das heißt, du setzt auf allen Fronten, die du gerade irgendwie haben kannst, Excel so unter Druck, dass sie selbst wieder so in Notwehr sind und früher oder später passiert ist, dass sie den nächsten Turb verlieren. Ja, Misfis muss jetzt hier auch eigentlich gar keine Risiken mehr eingehen. Sie können einfach die Vision-Kontrolle clearen, beziehungsweise die Vision clearen von Excel, selbst Vision aufbauen und im Prinzip auf genau solche Optionen warten. Dann steht Micky mal einen Meter zu weit vorne, weil er an CS kommen möchte. Zack, ist Kirai da, holt ihn einfach ab, gemeinsam mit dem Poke von, oder mit dem Damage von Soas und das reicht. Du musst jetzt hier keine Risky-Plays mehr machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Im Gegenteil, XL ist im Zugzwang, um für irgendwelche Plays zu sorgen. Und Misfis sagt sich, ja gut, wir haben jetzt hier unseren Gameplan, wir rotieren euch aus, wir holen uns die Turrets, wir pushen alle Lanes, wir nehmen die Jungle-Camps. Wenn ihr nichts macht, dann machen wir einfach auch nichts. Und deswegen werden wir jetzt hier wahrscheinlich auch keine 10, 20 Kills mehr sehen von Misfis, aber das ist auch nicht notwendig. Das Gold haben sie jetzt schon. Im Prinzip darf man ja immer nicht vergessen, Kills sind ja nur ein Weg, um sich Objectives zu sichern, um einen Gold-Vorteil zu bekommen, damit du Teamfights gewinnst. Und der Gold-Vorteil ist bereits etabliert. Das heißt, Kills sind jetzt gar nicht mehr wirklich das Thema für Misfits. Bei einem Champion-Beat-Kindle hast du natürlich den Vorteil, dass Kills nicht nur, oh, das ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Erste wenigstens Shattern und das genau noch auf Kira. Das, was du nicht haben wolltest und Gorilla, so golden wie auch wird, kann auch nur sicher den Tod sehen und somit ein kleiner Comeback. Und die haben dann auch noch mit dabei. Ja, sie können durchziehen, das ist free. Während du das so ist, du hast keinen Smite dagegen, nichts, ganz im Gegenteil. Shattern genau auf Kira, der die nicht mal mehr zu tun konnte. Ja, Hans Hammer hat Bock, aber aufgeben, willst du es dann doch nicht, aber du musst es respektieren. Das ist halt trotzdem nicht Sinn. Ja, gegen die Sona kämpft, aber Asie. Langsam was ich am Ende sich bemerkbar und wir sehen es. Sie dürfen ihn und sie können ihn verteidigen. Einfach genügend hier von Sona mit dabei, die auch ländlich Level 11 hat. Das heißt, das gefühl dauerhaft spammen kann und sie dürfen einfach jagen, weil dauerhaft Schild und gerade gegen Miki. Pass mal auf, ein Q noch hinterher von Sona und reicht der Damage während. So ist hier tatsächlich noch geniessen. Und sie haben unbedingt probiert und die letzten Schüsse müssen auch sitzen. Oh, schön. Und sie sitzen. Double-Kipp-Reise und noch den letzten Kill auch noch mal hinterher. So nah nimmt die Sona. Also, so free, dass Axel komplett das nochmal mit nach hinten schmeißt und nicht respektierst, gegen wen du da eigentlich auf der Lane kämpfst. Der Call war, glaube ich, trotzdem der richtige. Sie mussten hier Richtung Nash gehen. Jace hat am Ende bereits geklopft. X-Back kann da nicht viel verteidigen. Also den Nash zu callen, war meiner Meinung nach kein Fehler. Es wäre nochmal dieser Hoffnungsschimmer gewesen, aber die Reaktion von Soas ist natürlich genau richtig. Er hatte die Wahl. Also, gebe ich den Nash ab, kriege dafür vielleicht einen Inhip-Turret oder sogar einen Inhip oder teleportiere ich hin, hole mir den Fight und das hat man hier natürlich genau richtig gemacht. Kiray hier an der Stelle natürlich trotzdem ein bisschen sehr aggressiv. Also, da hat man die Möglichkeit nochmal gesehen, auch mit dem Lee Sin-Kick nach dem Rakan-Charme die Möglichkeit für eine Kindert-Ult komplett denied. Also, das war schön gemacht. Und wie gesagt, jetzt hier der Nash-Call war der einzig Richtige. Gerade gegen Asien im Terran, gerade wo seine Soldaten sich wohlführen. Flasht zwar aus. Wir sehen auch, Hansam hatte gefühlt kein Leben. Ist innerhalb dieser Zeit wieder komplett. Full-Life möchte man jetzt nicht sagen, aber genau da respektiv ist nicht. Drei Soldaten stehen da und kloppen komplett auf dich an. Dann kannst du auch wirklich hinterher chasen. Wir sehen auch wieder als nächstes die Soldaten. Selbst wenn die drauf kommen, Miki ist völlig tiefer und so. Es hat freige Waren. Wie nehme ich mir eigentlich? Und ja, wir sehen es. Er trifft ja sowieso gefühlt jeden und der letzte Schuss. Wir sehen es, ganz genau mit beiden weg. Also, das ist wieder auch so ein Unterschätzen einfach dafür. Du bist so ein Überzahl und denkst dir, alles klar, der Call ist schon wahnsinnig richtig. Nur hättest du vielleicht einfach ein bisschen vor sich sein müssen und doch eher noch für den Catch für die Sona gehen soll, aber wirklich fokussieren. Aber wie denn auch? Du hast keine Ults mehr gehabt, etc. Also, das war, möchte schon was sagen, so ein bisschen Anlag, die sie hätten die Chance gehabt, aber auch die ist nicht neben da. Jetzt heißt, wir sind bei 13.000 Gold-Differenz und sie haben die nächsten Türme vor den Inhab sind die Ziele da, plus den Baron, die sie hier beihaben. Also, jetzt heißt es einfach ganz in Ruhe durchziehen. Ja. Dann haben sie auch den Inhab. Das Siege-Potenzial von Misfits ist natürlich auch super nice. Du hast jetzt eine Kindred, die inzwischen sehr, sehr viel Range hat durch ihre Stacks tatsächlich. Arce, der immer wieder reinpoken kann. Sona Heal, Sona Poke. Also, auch hier ist Excel eigentlich dazu gezwungen, zu engagen, wenn sie ihre Base verteidigen möchten. Und Misfits weiß das. Das heißt, Misfits wird jetzt einfach diese Engages nicht ermöglichen. So, was jetzt Midlane wird hier ein kleines bisschen gecatcht. Arce sucht es da, Tam Kensch kommt auch mal möglicherweise mit zur Rettung hin und er nimmt ihn auch mit in den Mund und schafft es und Kirai flasht offensiv mit rein. Das heißt, er will jetzt einfach den Jano mit haben, geht in die Ult. Ah, das hat er noch gerade das Überlebnis von Rakan. Jetzt kommt der T-Rank, der Hambold ist aber wie auch, du hast kein Leben mehr und Kazing ist recht nicht und das ist einfach wirklich nur die Notwehr, während Kirai hätte gar nicht die Ulti zünden müssen, aber einfach auf Nummer sicher gehen. Sie müssen nichts provozieren. Türme fallen auf der Bord so wieder mit und das ist auch der Inhip und ja, wie willst du es halt noch wirklich verteidigen? Sie müssen in die Base, um sich zu regenerieren, das heißt, zwei Inhips fallen definitiv und das nenne ich mal wirklich ein Baron Power-P. Wir gehen auf die 15.000 Gold zu und sie könnte theoretisch noch durchziehen, wenigstens für einen Tower, aber dann wird es auch ein bisschen gefährlich. Ja, wir haben keine Holds mehr, also XLs Möglichkeit hier zu Engagen ist aktuell nicht da. Ohne Rakan Ultimate kannst du die Gegner hier überhaupt nicht pressuren. Es wird es dank der Sona Heals einfach Full HP, kriegen hier den zweiten Nexus-Turret und auch da wieder, das ist ein Fight, der war eigentlich gut gewählt, nur mit dem Gold fehlt, mit dem fehlenden Gold. Also hier geht schon mit rein, so eine Hand, Saman nimmt ihn sich hier mit und ja, das ist jetzt wirklich das Base-Face, selbst Miki stirbt unter der Base, hast du überhaupt keinerlei Chance, aber der Schaden ist brutal, der dir dann entgegenfliegt und somit, ja, Misfits muss man sagen, wird ein absolut, wirklich, man kann schon sagen, kleinen Sieg und eine so harten Dominanz, also das weiterhin und Misfits, ich bin definitiv ganz vorn. Ja, wirklich gute Performance, man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, XL ist kein Top-Team, was sie hier natürlich auch nicht zeigen konnten, also es ist ein Pflichtsieg für Misfits an der Stelle, wenn sie oben mitspielen wollen. Trotzdem, also das ist ein Team, was hier wie ausgewechselt wirkt, wenn wir das Spiel uns gegen Fnatic nochmal in Erinnerung holen, da sind viele, viele Dinge sehr schief gegangen, aber natürlich hatten sie hier auch das Momentum aus dem Early-Game, 2-0 Kindred, Lee Sin komplett raus aus dem Game gekickt, da hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, um das Spiel auch mit dieser Com vor allem runter zu snowballen und XL, die hatten hier eigentlich schon von Minute 2 an nur sehr beschnittene Möglichkeiten, mit ihrer Com tatsächlich zu agieren. Der Rice ist nicht ins Scaling gekommen, Xayra Khan konnten das 2-2-2 nicht gewinnen, Rumble hat im 1-v-1 sogar den Flash von Jace bekommen, aber dann kam Kindred wieder und wieder, also clean, 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 clean von Misfits hier gespielt. Und XL mit 0-3 jetzt wieder ganz unten in der Tabelle, ist natürlich trotzdem noch zweite Woche, aber... Aber du sagst ja schon, das ist ein Pflichtsieg und ja, verhältnismäßig muss man sagen, es ist trotzdem schon sehr dominant, wie sie hier durchgezogen sind und es ist auch nicht so selbstverständlich, das muss man dazu sagen. Sie haben wirklich gefühlt auf allen Positionen, auf allen Lanes clean durchgezogen, gerade auch mit der Sona, dass die Lägen geklappt hat. Sie haben sich nicht ins Box holen lassen, jagen lassen und auch gerade das Wichtigste überhaupt, dass du die Sins so wegnimmst. Dementsprechend kannst du nicht mehr mit dem Rice spielen, bis auf der Top-Lean pushen und ja, für mich MVP, die Definitive-Kerei. Auf jeden Fall. Und wer noch MVP ist, ist natürlich die Analyse-Ecke, zu der wir jetzt geben. Ja, vielen lieben Dank an Kingsplay und Sola und damit auch herzlich willkommen hier offiziell nochmal in unserer Analyse mit Bart und mit Ice, der mittlerweile mehr als nur ein Schlüppi anhat. Ja, und die beiden haben es eben schon gesagt, das Team von Excel ist gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. War das jetzt der einzige Key, warum die Misfits jetzt hier vorne lagen oder war es allgemein die Team kommen von den Misfits, die hier generell schon einfach stärker gebilden sind? Ja, wir haben es ja am Anfang gesagt. Misfits hatte eigentlich eigentlich eh sehr gutes Scaling und im Normalfall hätte Excel hier im Early-Game nach vorne kommen müssen, um irgendwas machen zu können. Das haben sie nicht geschafft. Da sind sie sogar nach hinten gefallen und es sah so ein bisschen aus wie Better Jungle Wins, wenn der Jungle Lime nach vorne liegt. Läuft halt einfach. Es sah nicht nur so aus, die Quintessenz ist eigentlich Better Jungle Wins in dem Fall, also Kirai mit einer bockstarken Performance. Und Glyssin, wenn du halt erstmal hinten liegst, ist auch sehr schwer, wieder den Weg zurück ins Game zu finden. Du hast zwar diese Möglichkeit, mit einem Kick zu glänzen, aber wenn diese Komposition, so wie sie bei Misfits steht, nach vorne kommt, in die Knie zu zwingen, wäre halt, die beiden Faktoren, die das Team am Leben halten, sowas wie Sona und Kindred, halt direkt zu catchen und direkt auszunocken, ohne dass die anderen da sind. Sondern, dass du die halt direkt einfach entfernen kannst als Faktor. Und das ist halt einmal, glaube ich, passiert, wo nochmal dieser kleine Comeback-Moment aufkam. Aber grundlegend haben sie halt die ganze Zeit von Behind gespielt, das ist mit der Komposition, wir haben es angesprochen, halt eine sehr schwierige Aufgabe. Du hast aber auch gerade selber nochmal gesagt, Kirai, gute Performance jetzt hier auf der Kindred. Du hast den Pick aber an sich so ein bisschen kritisiert. Warum ist er trotzdem aufgegangen? Für das direkte Match-Up ist er halt immer ein bisschen suboptimal in der Theorie. Wir reden ja viel über die Theorie immer. Könnte halt das passieren? Sie hat die Möglichkeit, wenn wir aber einfach bloß die Fakten sehen, ist Kindred ein verdammt starker Early-Game-Jungler, der auch sehr gut snowballen kann. Er passt hervorragend in die Komposition, denn das, was Tam und Kensch so noch nicht mitbringen, ist halt viel Schaden, viel DPS. Das geht, ob mit Game, klar geht es ein bisschen los, aber es ist halt nicht vergleichbar mit einem Orthonormal-AD-Carry. Und dadurch, dass du halt eine Kindred im Jungle hast, mit viel AD-DPS und in Asien der Mitte mit viel AP-DPS hast du halt eine hervorragende Balance geschaffen, wo dir halt auch im Scaling niemand mehr halt später irgendwas streitig machen kann. Ja, jetzt haben wir wieder meine Sohne auf der Botlane gesehen, die das Spiel für sich entschieden hat. Im Gesamtkonzept, sag ich jetzt einfach mal. Hätte Axel hier im Late-Game vielleicht trotzdem noch eine Chance gehabt, irgendwie wieder über vielleicht Fehler von den Misfits wieder zurück ins Spiel zu kommen? Ich meine, über Fehler kann man immer wieder ins Spiel kommen. In dem Fall wäre es aber trotzdem sehr schwierig gewesen. Du hast einen Rise gehabt, der scalt auch gut, aber die Teamcom an sich von Axel war einfach nicht aufs Late-Game ausgelegt. Da hätte Misfits auf jeden Fall vorne gelegen. Und ich finde es sehr gut, dass Misfits es geschafft hat, praktisch ziemlich sauber runterzuspielen, ohne großartig Fehler zu machen und Axel da nochmal Chancen zu geben. Aber sie haben es halt mit dem Kill am Anfang auf Kenwood auch schon ziemlich serviert bekommen. Eist du, hast dein Homie Piero wieder am Start? Ja, ich muss mich erst mal gewöhnen, so nach dem Urlaub und so weiter. Piero wieder am Start, okay. Alle, jetzt auf jeden Fall wieder Piero. Müssen wir aber gucken, was wir draus machen können. Ja, mach mal. Ich habe mir die Szene rausgesucht, wo habe ich eben schon ein bisschen angesprochen, dieser kleine Comeback-Moment, den Axel nochmal kurz hatte. Grundlegende Voraussetzung ist erstmal geschaffen. Kirai, einer der Faktoren, der halt die Gegner immer am Leben hält mit der Ultimate, ist halt sehr schwer, darüber hinwegzukommen, ist halt Off-Position. Steht auf einer Board, die halt direkt noch auf seiner Location ist. Ist sehr gefährdet, gecatcht zu werden. Wenn wir uns den kleinen Mob da angucken, der sieht halt bloß eine Richtung, der will halt Go. Da ist das Ziel. Da will ich Go machen. Sein Problem ist halt so ein bisschen, dass halt sein Mob halt sehr weit hinten ist. Also da ranzukommen, ihn zu beschützen, ist es sehr schwer. Und was sie jetzt machen, ist eigentlich ganz clever. Also wir halten eigentlich bloß die Kindred im Auge. Sie wird halt durch, sie zieht. Wir machen die Blupe nochmal nochmal hier ein bisschen. Okay, jetzt haben wir noch ein zweites Blupe. Warte, wir machen was anderes. Machen wir mal so, dass sie alles sehen können. So, wir behalten einfach Kindred jetzt im Auge. Ihr Problem ist einfach, dass sie halt von Rakan direkt engaged wird und dass sie dann von Lee Sin gekickt wird und während sie jetzt hier in der Luft ist, es wird ja quasi einfach in die Richtung geschleudert, durch die Gegner durch, die sich halt auch perfekt in Reihe und Glied aufgestellt haben, Ultimate nicht mehr zünden. Was hier erstmal dazu führt, dass man zwei Catches bekommen kann. Denn auch Tarm Kench, der wollte halt natürlich helfen. Das ist halt sein Job, will halt da irgendwie rausboxieren. Ja, und dadurch haben wir jetzt zwei Catches bekommen. Das ist natürlich die Situation, hey, wir sind im Gold sehr, sehr weit behind. Was ist also jetzt der Punkt? Der Nashor. Wir müssen irgendwie comebacken, wir müssen dem Gegner halt sein Objekt des Sieges wegnehmen und wir haben vor allen Dingen da halt noch eine riesen Goldmaschinerie zu stehen, die wir noch zusätzlich abholen können. Problem ist aber, dass wir hier einen Asien haben und wenn wir uns jetzt einfach diese Teamcom-Durchdenken, die gerade da steht, die gerade alle Uls, Rakan-Ult, Rakan-Kombos draußen, Rumble-Ultimates draußen verballert haben, dann durchdenken wir uns jetzt einfach mal in der Theorie, wie willst du diesen Asien stoppen? Wie willst du den Engagen? Wie willst du an ihn rankommen? So, und das eben führt jetzt dazu, dass sich Verbiven jetzt einfach ganz alleine in dieser Zone postiert, niemand an ihn rankommen kann und der kann quasi von hier, der kann nach da poken, der kann nach da poken, der kann nach da poken und ihr müsst euch vorstellen, dieses Terrain hier ist Dead Zone. Das ist eine Zone, wo der Nash hat Debuffs verteilt. Das ist eine Zone, wo du halt einfach mehr Schaden vom Gegner noch bekommst, wenn du drin fighten musst, ja, und du hast einen Asien, der halt alle gleichzeitig damagen kann, der alle gleichzeitig halt bedrohen kann und die auch noch den Debuff drauf haben. Führt zu einem Punkt, genau, Verbiven, der kann hier Damage ohne Ende fahren. Man probiert es jetzt hier nochmal notgedrungen mit dem Knock-Up-Engage von Rakan da rauf zu gehen, Rumble-Flash nochmal direkt rauf, beide Flashes raus, aber hier wissen wir auch schon, so alle Ultimates sind draußen, Soda schafft es sogar nochmal mit ihrer Ultimate das Ganze so ein bisschen zu disengagen, dass sie das Tempo rausnimmt. Es gibt halt bloß noch eine Möglichkeit, Hard-Engage auf Asien, der nutzt seine Ultimate, hat jetzt quasi an der Stelle perfekt hier eine Linie geschaffen, keiner kommt mehr vorbei, Flashes sind raus, Engages sind raus, Ultimates sind draußen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und das weiß er halt auch an der Stelle für Biven ganz genau, jetzt können wir die Gegner runterrennen, also einfach vorwärts Marsch, den werden jetzt aufgeräumt, der muss halt von hinten bloß sauber poken, muss sich halt immer wieder slowen mit dem Q, chase sie dann einfach, schafft hier sogar nochmal quasi über die Wall halt ein bisschen Druck auszuüben, ja und im Endeffekt ist er hier so ein bisschen hält der Stunde, auch wenn Zouas jetzt derjenige ist, der sich jetzt so postiert, weil im Endeffekt kommt Asier, der jetzt hier steht, nicht mehr an die Gegner ran, aber Zouas schafft es halt nochmal, dort Anschluss zu finden, hat auch nochmal AOE-Schaden, zwei stehen halt sehr geklumpt aneinander, die kann halt gleichzeitig bursten und das ist jetzt hier nochmal Zucker, das müssen wir jetzt nochmal ganz slow-mo gucken, jetzt haben wir halt alle geklumpt, was wird passieren? Verstärkter Schockblas ist natürlich hier ein gefundenes Fressen, ne? Und zack, ganz wichtig, wenn wir uns den Double-Care anschauen, da sehen wir jetzt nicht, wer getötet wurde, also wer der Zweite ist, aber wir sehen halt vor allen Dingen einen da oben und das ist nämlich der liebe Herr Rice, der gestorben ist, was passiert mit der Rice-Ultimate, die da gerade ausgelöst ist, wenn Rice tot ist? Richtig, die wird einfach aufgelöst und auch der Dritte ist ein Free-Kill, dadurch Casting an Support, keine Möglichkeit mehr rauszukommen und dadurch hat man halt diesen kurzen Moment gehabt, wo man aufatmen konnte, es gab eigentlich bloß noch diese Möglichkeit, diesen Befreiungsschlag, den man nutzen konnte, letzten Endes wurde es halt aber von Asier und schlussendlich auch von Jace dann nochmal versaut. Ja und somit auch die dritte Niederlage jetzt hier für Axel an dieser Stelle. Läuft das Team jetzt Gefahr, in ähnliche, ja, gewohnheiten wie letztens zu geraten? Wahrscheinlich schon. Axel ist halt keins der Top-Teams, auch keins der Favoriten-Teams. Ich denke, sie werden wieder im unteren Teil der Tabelle angesiedelt sein. Rogue sollte man schlagen müssen, um halt da nochmal wieder ein paar Punkte zu kriegen. Weil die ja sogar schon gewonnen haben. Die haben schon gewonnen, deswegen, und da kommt es dann halt auch wieder auf den direkten Vergleich an. Und ich glaube, Axel, selbst mit den Anpassungen, die sie vorgenommen haben, wird es halt schwer werden, irgendwann aus diesem unteren Bereich rauszukommen. Ja, was hast du für einen Eindruck gerade von den Misfits, die ja auch im letzten Split anfangs mit 4-0 reingegangen sind und bombenstarke Spiele, zum Beispiel auf Hans-Sammer mit Draven hatten, jetzt hier in diesem Spiel gegen Axel solide wirkten auf jeden Fall, aber auch schon eine Partie verloren hatten gegen die Jungs von Fennett. Das ist genau der Punkt. Ich finde, man kann aktuell in der Season schwer predikten, wie es laufen wird. Ich finde, League of Legends grundsätzlich auch im competitive Playstyle hat sich gewandelt, geändert. Früher war es halt so, wie spielen Meta, wer ist der bessere Spieler, wer kann die Komposition besser ausspielen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Innovation eine ganz große Rolle spielt. Gerade wenn wir halt so etwas wie Tam, Kench, Sona sehen, wer kann halt schon im Draft viel für sich entscheiden, wer kann diese Komposition, die er sehr innovativ draftet, halt auch sehr gut ausspielen. Und da muss ich sagen, ist es jetzt nach den ersten Tagen, auch nach dem letzten Split, finde ich, immer noch sehr schwer zu entscheiden, gerade dieses Mittelfeld. Ich glaube, Top-Teams, Flop-Teams sind, glaube ich, klar. Da kann man halt immer spielen die Teams mit der Meta. Wir werden nächste Woche ja noch einen ganz besonderen Patch erleben. Mal gucken, was daraus wird. Aber ich denke, da sollte man noch immer mit Vorsicht rangehen. Ja, aber trotzdem natürlich ein Hinblick auf die World sollte man natürlich auch mit dem gewissen Enthusiasmus an die gesamte Geschichte rangehen. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gibt es das nächste Match Rogue, die schon einen Sieg haben, gegen Vitality, die noch keinen Sieg haben. Also mal sehen, was daraus wird. Kurze Werbung. Bis gleich. Das war's.